Sind Sie frei? Oh, Sie haben das Licht aus. Kein Licht, kein Platz. Das ist... Mist. Verpasst. Der da ist frei. Okay, danke für den Tipp, Sir. Der Umzug nach New York ist schwieriger, als ich gedacht habe. Normalerweise kann ich mich gut durchschlagen. Aber in den ersten zwei Wochen habe ich viel geweint. Hier ist alles schwieriger als in L.A. Sind Sie frei? Hi. Kann man Sie buchen? Ja. Als Taxi? Okay, danke. Es sind die Kleinigkeiten. Niemand hilft einem, das Gepäck zum Auto zu bringen. Die Leute spucken einem vor die Füße. So was halt. Es war schon hart. Geht die zu? Au!